Moin moin und herzlich willkommen zurück. So, ich hab mal noch neu geladen und zwar hab ich jetzt ein paar Sachen geändert. Ich hab jetzt auch nicht die Schrotwinte gekauft, sondern das Präzisionsgewehr. Und jetzt muss ich noch gerade mit der Dame hier reden und dann wäre ich fertig. Dann können wir nämlich weiter. Okay, dann fangen wir mal den Pfeid an. So, wir mussten da langs, ne? Ja. Wir haben ja in der letzten Folge schon erfahren, dass hier irgendwie etwas anders ist. Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, was es war. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab mehr oder weniger eine Vermutung, aber das hatten wir eigentlich schon. Deswegen bin ich gerade leicht verwirrt, aber egal. Wir gucken mal. Erzählen Sie mir von dieser Kolonie. Das Leben hier ist hart und entbehrungsreich. Auch ohne die... Das Kolonialbüro auf der Erde sagte, dass wir hier sicher wären von den Weltraumpirten. Aber trotz allem ist dies ein wunderbar friedvoller Ort. Ich habe so etwas nie zuvor erlebt. Wie groß war die ursprüngliche... In der Haupt... Das wissen wir schon alles. Als die Sterne Christwelle unsere Verteidigung eliminierte, sind wir nach Zeus' Haupt geflohen. Also irgendwie kann uns keiner so wirklich sagen, was hier abgeht, okay. Dann, äh, ja. Gucken wir uns selbst nach, was hier abgeht. Alles muss man selber machen. Schlimm hier. Ich beichere aber mal noch gerade. Nicht, dass wir jetzt hier gleich voll die, äh... Voll das Überraschungseffekt haben. So im Moment Dingens. Dass uns hier irgendwas attackiert und direkt zerfleicht. Das wäre ja uncool. Ja, genau das habe ich gemeint. Was sind denn die? Sind wir überhaupt richtig? Ich weiß es gerade nicht. Ah, ja, wir sind natürlich mit dir. Sie überrennen uns. Okay. Ähm, den lassen wir mal fliegen. Ja, ich habe mir das Pistolen-Ding mal noch gekauft. Ach du Scheiße. Ähm, machen wir denn mit dem. So, das funktioniert ja schon mal halbwegs. Halt, wo ist das Ding hin? Wo ist das Ding hin geflogen? Da. Ähm, wir konzentrieren uns jetzt bitte alle hier drauf. Unbedingt. Sonst sind wir nämlich gleich alle tot. Wunderbar. Oh, der Garrus, den erwicht's gerade. Den erwicht's. Das ist jetzt gerade unschön. So, machen wir das hier. Okay. Wunderbar. Läuft. Das ging ja gut. Das ging ja gerade wirklich erstaunlich gut. Ich muss aber nur mal noch gerade was gucken. Und zwar... Wollen wir es nehmen? Es gibt sogar Brandmunition. Was bringt das denn Schönes? Ah. Hm. Natürlich auch interessant, aber... Nee. Was ich schade finde, dass das hier nicht funktioniert. Erkennen Level 3. Das ist echt blöde, dass das jetzt im Moment noch nicht so... Brillant funktioniert. Was heißt drum? Ich speichere mal nochmal. Ich weiß, ich speichere gerade ziemlich häufig, aber... Ist halt so, ne? Ist halt besser. Weil wenn ich jetzt verrecke, dann müsste ich den ganzen Kampf wieder machen. Und... Ja, ihr wisst ja, wie das ist. Das ist halt einmal zu oft gespeichert, als einmal zu wenig. Und jetzt... Ich glaube, da kam auch gleich ein Kampf. Ich erinnere mich trübe. Also ich erinnere mich langsam wieder an die Map, aber ich weiß nicht, was da passiert ist. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Ähm. Ah. Hallo. Meine Freunde. Ähm. Zack. Zack. Wunderbar. Und jetzt... Der Rex, der... Mh. Ach, das war jetzt total ungene. Ne, das war jetzt total... Ach, komm schon. Can't be real. So, was, 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 was... Kann ich... Äh, jetzt nicht irgendwie hier... Genau, hier... Wo ist es denn da? Äh, da, 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 am besten nochmal... Ah, ah, wunderbar. Klappt gerade etwas gut. Etwas. Warte, was wackelt denn das verdammte... Fadenkreuz hier ständig, das ist ja furchtbar. Was ist das? Was ist das denn? Ach, weil ja gerade alles wackelt, oder was? Ach, komm, das kann jetzt nicht wahr sein. Ah, Wasserventil. Ah. Ah, I see what you did there. Ach so, okay, gut. Na denn, wenn das so ist... Ich bräuchte nochmal. Aber den Kampf, den haben wir jetzt eigentlich relativ gut überstanden. Also ich denke, wir müssen das mit dieser Stase, da, müssen wir öfter einsetzen, so oft wie es geht. Wo bin ich denn jetzt hier, wo muss ich denn hier lang? Oh. Ähm. Das ist gerade mega unschön. Weißt du, woher kommt das denn? Was ist das denn? Ach, komm. Ähm. Ja. Das ist gerade gar nicht gut. Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Ähm. Mach mal hier. Müsste ja jetzt gehen. Ähm. Was machen wir? Hier. Der Scharfschütze, der muss... Nee, ich bin ja auch den hier. Können wir so. Und den hier machen wir so. Okay, das klappt ja schon gerade relativ gut. So, hier. Jetzt. Äh. Was machen wir mit dem? Danke. Alter, ist das geil. Warum habe ich mir das nicht vorher geholt? Alter, macht das Laune. Ah, da sind schon wieder welche. Aber wir können nicht speichern. Warten wir noch gerade, bis das Zeug CF fertig ist. Bis die... Vorsicht. Ja, Vorsicht, genau. Was denn? Wieso ist der jetzt schon nicht vergiftet? Das ist doch blöde. Vorsicht. Vorsicht. Äh. Nein, was macht das denn hier? Der denn hier? Oh Gott. Hilfe, was passt? Was tue ich? Was mache ich? Was mache ich am besten? Ah. Hilfe. Was tun? Hä, hä, hä. Ähm. Verdammter Hacker. Verdammt, 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 verdammt. Verdammt. Das war knapp. Alter, ich liebe das. Das ist ja geil. Das ist ja echt mega. Kenn ich mir das nicht irgendwo hier? Wir haben immer noch kein Medigil. Alter, was zum... Was war das denn jetzt, bitte? Ach, immerhin haben wir jetzt wieder Medigil. Naja, besser als nichts. Alter, das war ja gerade nur Banane, ey. Das war ja gerade nur Uncool. Ich trinke mal noch gerade was. Jetzt hatten wir kaum mal Medigil gehabt. Und dann müssen wir es gleich schon einsetzen. Das ist ja uncool. Es ist total blöd, dass das ja die ganze Zeit jetzt da rumwippelt und wuppelt und hast du nicht gesehen. Okay. Das Mittertürm. Oh, was ist das? Ah, für den Granatwerfer. Okay. Ich habe das nicht. Das ging ja schnell. Okay. Ähm, Squad. Ich bin hier gerade am gucken. Erhöht Präzision und um 16 Minuten Schaden und Feuer hat um 1,5 Schüsse. Ah, das ist schon cool, aber... Ja, guck mal. Lassen wir das wieder mit der Einigkeit. Basispanzerung. Das wäre, denke ich, auch mal nicht so verkehrt. Weiß es nicht. Bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Da kommen wir... Wir können ja so nebenbei... Nebenbei können wir es nochmal hochziehen. So ein klein wenig halt. Okay. Ihnen hier will ich ja Tanki machen. Ach, lol. Hä? Ach, da habe ich jetzt nur einen, oder was? Das ist ja... Das ist ja blöd. Wieso habe ich da jetzt nur einen bekommen? Das ist jetzt echt irgendwie blöde gerade. Mann. Hm. Naja. Kann man nichts dran ändern. Ist halt so, ne? Ui, nice. Krühe Munition. Was... Was bringt die denn? Boah, ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal hier bei meinem jetzigen Setup. Ich bin jetzt mal vorerst. Und da haben wir jetzt immer noch irgendwie... Das ist hier der Gaff-Angriff, oder? Prototyp. Blablablablabla. Blablablabla. Blablabla. Die Röhre finden. Äh... Wir treffen den Tunneln. Drei Damen informieren. Ah. Was ist ja... Ja, das ist lustig. Da wird nur so angezeigt, oder was? Na denn? Ich würde einfach mal sagen, wir gehen mal noch weiter. Einfach weil... Einfach weil... So, dann können wir den nämlich jetzt hier... Stase... Ähm... Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher, was hier jetzt abläuft, weil... Okay. So, den nochmal an den Stase rein. Und jetzt muss ich gucken. Ich sehe halt nichts. Wunderbar. Zack. Oh, den... Oder ist denn erwischt es gerade? Ihn hier auch. Haben wir irgendwie noch was? Ne, ne? Äh... Wie machen wir das jetzt am besten? Läuft. Das war dumm. Sorry. Das war wirklich dumm. Verdammt. Ich hätte jetzt gehofft, dass ich da irgendwie... Ja, weiß nicht. Ja, das war dumm. Das war echt dumm. Sorry. Ei, 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 ei. Mensch, halb. So. Hm. Zack. Den wollten wir hier weitermachen. Hier wollten wir die Elektronik freischalten. Gut. Wunderbar. So. Diesmal muss ich mich da etwas klüger anstellen. Ich muss mal wieder kurz was trinken. Also ich habe hier ja mit meinem Hals im Moment... Ich hoffe, dass ich nicht wieder krank werde. Aber im Moment ist übelst das Kratzen wieder angesagt. Schlimm. So. Ja, das muss ich wahrscheinlich wirklich üben, da mit dieser Überhitzung. Da muss ich gucken. Ich glaube, im zweiten Spiel, also in Mass Effect 2, da gibt es das gar nicht mehr, oder? Da gab es Munition. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Okay. Jetzt haben wir wahrscheinlich genau den da reingemacht, den ich eigentlich da nicht reinmachen wollte. So, wunderbar. Jetzt können wir hier... Singularität. Was haben wir da noch so? Warp habe ich noch. Ich weiß aber gerade nicht, wo überall die Gegner hier rumtümmeln. Waren das jetzt alle? Schaut so aus. Endlich. Oh. Endlich. Speichern. Jetzt kann ich. Okay. Wunderbar. So. Ich muss sagen, wenn man das mit den Fähigkeiten da richtig einsetzt, dann klappt das auch. Zumindest jetzt bei diesen leichten Kämpfen, ne? Ich kann jetzt nicht versprechen, dass das jetzt die ganze Zeit so glatt läuft. Ich muss halt aufpassen, was ich mache, ne? Muss man halt immer. Was? Oh mein Gott. Ich bin gerade leicht erschrocken. Sie sollten nicht dort runter gehen. Was ist da hinten? Ich könnte es Ihnen sagen. Ihnen alles sagen. Wie würde Ihnen das gefallen? Ähm. Was zum? Oh Mann. Das war hart diesmal. Was ist nur los mit Ihnen? Nur der Peitschenruf des Meisters. Das erinnert mich daran, dass ich noch am Leben bin. Sie sind hinter den Geht her, stimmt's? Ja. Sie sind nicht die einzigen, die an diesen Dingern interessiert sind. Inwiefern? Wer außer uns sucht noch nach den Geht? Nicht sucht nach, sondern versucht loszuwerden. Sie sind ein Dorn im Fleische des... Ah! Alles dreht sich darum, dass... Ah! Ja. Die Kolonie ist wirklich anders. Gehen wir. Er kann uns nicht weiterhelfen. Vielleicht töten, genau. Kann man Ihnen irgendwie helfen? Wollen Sie überhaupt Hilfe? Mir... helfen? Nein. Niemand kann mir helfen. Aber ich möchte lieber... im Kampf sterben! Kampf? Soll ich dich töten, oder was willst du jetzt? Was für ein Kampf? Nicht die Art Kampf, die Sie kennen. Es ist wie, wenn man in einem Dornbusch hängt. Je mehr man zappelt... ...dessen... ...keine Zeit mehr. Wir bekommen Gesellschaft. Sprechen Sie mit Feidan. Fragen Sie ihn nach... Ich frage ihn nach... Was? Wieso? Was ist denn da? Oh. Ähm. Scheinen aber noch zwei zu sein, oder... Ich weiß jetzt nicht, wo der andere ist. Ach, Mann. Oh, 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 oh. Ich kann nicht so machen. Ja, genau. Der fliegt gerade. Ach, das... Das ging ja einfach. Nicht tun. Ich werde es nicht tun. Nicht tun. Alter, was ist bloß los mit den Menschen hier? Das ist ja... ...gruselig. Muss aber mal gerade gucken. Ähm, Tagebung. Wer werden Chile finden? Würde ich gern. Hm. Ah. Na, ganz toll. Dann gehe ich nochmal da hinten rein... ...und gucke da nach. War ja nur, Panda, wenn ich da was übersehen hätte, dann. Diese blöden Ventilen da. Stimmt, man kann ja auch sprinten. Auf geht's. Mann, ne, hier ist nur... Ah. Ja, warum nicht? Sage ich nicht Nein zu... Äh, aber sonst... Nein, hier haben wir, glaube ich, sonst keine Ventilen. Ventile. Ach, sieh an. Was ist das denn? Ich will nicht einfach so machen, als wäre nichts gewesen. Ich würde gerne nochmal speichern. Hilfe. Verdammt. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte das hier machen. Und jetzt geht's rund. Und jetzt geht's rund. Na, das ging ja einfach. Oh. Alpha Run. Ah, okay. Er kommt ja gefährlich schon auf mich zu. Der Land fällt vom Projektieren durchs Sieg zu Boden und ist tot. Dies muss der Alphababa. Ah, steh auf. Wahrscheinlich nicht so schlimm. Habe ich das jetzt geschafft? Oder wie ist das jetzt? Ah, okay. Ich hab's geschafft. Wunderbar. Ist zwar jetzt blöd, dass der Dingens jetzt halb tot ist, aber hey, sonst kann ich nichts dran ändern. Ist halt so. Passiert manchmal. Fählerhaftes Objekt. Oh. Ah. Jetzt kann ich hier, ähm, da. Hier nämlich Dingens machen. Wo ist es denn? Ich könnte aber auch das hier machen. Ah, 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 ah. Machen wir das. Auf geht's. Ja, Schaden ist immer gut bei dir. Wie sieht's mit dir aus? Was haben wir denn da drin? Eigentlich ziemlich krass da. Das ist ja übelst... Ist das jetzt hier mal besser? Ja, hab ich. Okay, gut. Wunderbar. Hätten wir das auch. Bin so stolz. Speichern wir. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.